Guten Abend. 4.000 Bundeswehrsoldaten haben an diesem Wochenende Rufbereitschaft. Die Soldaten sollen im Notfall mit anpacken können, so die Verteidigungsministerin. Und der Notfall heißt, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, wenn die vielen, vielen Helfer es nicht mehr schaffen sollten. Und das könnte am Wochenende durchaus passieren. Die Behörden in Oberbayern sprechen von bis zu 50.000 Menschen, mit denen in den nächsten Tagen in Deutschland zu rechnen sei. Und die sollen in jedem Fall anders untergebracht werden, als es Flüchtlinge im ungarischen Aufnahmelager Röske erleben müssen. Kleine Beutel mit Brötchen fliegen dort wahllos durch die Luft. Hungrige schnappen danach. Diese Bilder wurden von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch heimlich gedreht. Nun sagt CSU-Chef Horst Seehofer heute, er will den ungarischen Regierungschef einladen, also ausgerechnet jemand, der diese Zustände zu verantworten hat. Seehofer sagt auch, was er wirklich denkt über die gastfreundliche Politik der Kanzlerin. Dieser schlicht ein Fehler. Anne-Karin Lammers über die Attacke aus Bayern und lohnende Worte des Bundespräsidenten. Ein Ehepaar in Münsterländer Tracht, alles selbst genäht, wippt den Klängen eines syrischen Volkstanzes und das vor Schloss Bellevue. Es ist Bürgerfest, der Verein Zufluchtkultur trommelt und tanzt zur Begrüßung. Cornelia Lanz hat die Flüchtlinge zusammengebracht zur Künstlertruppe geformt. Viel Leid ist ihr begegnet, aber auch Energie. Ich fühle eine enorme Lebensfreude bei unseren Syrern, ein nach vorne schauen, den unbedingten Wunsch, eine Zukunft zu haben, zu studieren, zu arbeiten. Auch Khaled tanzt mit. Der Syrer ist erst 16 geflohen aus Homs, kam vor eineinhalb Jahren. Seine Familie hat er in Ägypten zurückgelassen, er macht sich Sorgen um sie, tanzt trotzdem ausgelassen vor dem Sitz des Bundespräsidenten. Es ist entgeil. Ich glaube immer noch nicht, dass ich da bin, weil in unserem Land, man darf sowas nicht haben. Der Bundespräsident begrüßt indessen all die engagierten Bürger. Das Fest steht diesmal ganz im Zeichen der Flüchtlingshilfe. Einfach werde die Integration all der Neuankömmlinge nicht. Es kommen härtere Zeiten auf uns zu, aber wir fürchten uns nicht, sondern uns werden Lösungen einfallen. Tracht und Harmonie hier, doch Misstöne kommen aus Bayern. Horst Seehofer keilt gegen Berlin. Keinen Plan gäbe es dort, die Flüchtlinge einfach reinzulassen, kommentiert er kurz angebunden. Es war ein Fehler. Der Stöpsel sei jetzt nicht mehr auf die Flasche zu kriegen, sagt er dem Spiegel und sein Finanzminister sekundiert. Zum Teil wird ja gar nicht registriert, das heißt, wir wissen gar nicht, wer im Moment ins Land kommt und das ist auf Dauer mit der Sicherheit nicht zu vereinbaren. Die Kritik weist Norbert Röttgen zurück. Man muss das eine, die terroristische Bedrohung, die wir ohnehin haben und die Hilfsbedürftigkeit von vielen Menschen unterscheiden. Die Vermischung von beidem halte ich für absolut unzulässig. Aber auch der Innenminister hört sich etwas verzagt an, angesichts der Flüchtlinge, die da noch kommen sollen. Das Tempo des Zustroms ist sehr hoch, zu hoch. Wir brauchen dringend eine Entschleunigung, sonst kommen wir auch selbst an Belastungsgrenzen. Europa müsse jetzt solidarisch sein, fordert er. Und die Länder? Sie fühlen sich übergangen und drängen angesichts der dramatischen Lage auf einen vorgezogenen Flüchtlingsgipfel. Nicht nur dem bayerischen Finanzminister, auch vielen Sicherheitsexperten in Deutschland gefällt es gar nicht, dass sie nicht wissen, wer genau nach Deutschland kommt. Denn tausende Flüchtlinge bewegen sich zurzeit unregistriert. Aber kann man sich ernsthaft vorstellen, dass IS-Kämpfer, die hier einen Anschlag verüben wollen, eine monatelange lebensgefährliche Flucht auf sich nehmen, wenn sie sich doch mit gefälschten Papieren ein Flugticket besorgen könnten? Ist es wirklich denkbar, dass sich Terroristen unter all die verzweifelten Menschen mischen, die doch vor dem Terror geflohen sind? Philipp Glitz über geschürte Ängste und echte Gefahren. Wer als Flüchtling in Europa ankommt, auf den wartet auch ein Verdacht. Gibt es Terroristen unter ihnen? Unwahrscheinlich, glauben Experten aus mehreren Gründen. Zum einen, weil diese Menschen gerade vor religiösen Konflikten geflohen sind. Zum anderen, weil die Terroristen sich schnellere Wege nach Europa suchen würden. Und dennoch? Aus unserer Sicht ist es jedenfalls eine reale Möglichkeit, dass auch unter den Flüchtlingen IS-Kämpfer sein könnten oder Personen, die aus Syrien kommen und dort an schweren Straftaten teilgenommen hatten. Die viel größere Gefahr jedoch geht von den sogenannten Rückkehrern aus. 730 Dschihadisten sind laut Sicherheitsbehörden bereits aus Deutschland ausgereist nach Syrien und in den Irak. Gut 200 sind wieder zurück in Deutschland. Viele Attentate, wie auch das Geplante im Thales vor drei Wochen, werden von radikalisierten Rückkehrern ausgeführt. Auf der Fahrt von Amsterdam nach Paris konnte der mutmaßliche Attentäter niedergerungen werden. Doch könnten Flüchtlinge auch in Deutschland radikalisiert werden? Wenn sie in den Flüchtlingsheimen ankommen, wähnen sie sich in Sicherheit. Meist sind es junge Männer, einige auf der Suche nach Halt. Radikale, salafistische Prediger wie Pierre Vogel nutzen diese Hilfsbedürftigkeit aus. Öffentlich fordert er seine Anhänger auf, in die Unterkünfte mit Geschenken zu gehen. Wenn ihr in den Flüchtlingsheim seid und ihr sagt dann, ja, es ist die Gebetszeit gekommen, wir fangen an zu beten, dann motiviert ihr sie automatisch auch mit zu beten. Einige Experten sehen in solchen Anwerbeversuchen der Salafisten eine ernstzunehmende Gefahr. Was man sagen kann, ist, dass sie sich an ihrer Religion festhalten. Und genau das ist das Muster, mit dem die Salafisten Menschen rekrutieren wollen. Der Verfassungsschutz bestätigt Anwerbeversuche am Münchner Hauptbahnhof in Hamburg und NRW. Die Mitarbeiter in den Unterkünften sollen jetzt schnell über die Strategie aufgeklärt werden. Das Bundesinnenministerium aber warnt davor, Flüchtlinge pauschal als Terroristen zu verdächtigen. Sie seien aus Angst und Furcht um ihr Leben geflohen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020